Rainer Michelmann für Kai Lehmann live hier beim Fußballhandelturnier in Frankfurt Höchst. Bei uns eine Fußball-Ikone. Kevin Korani, Herr Korani. Kevin, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Bist du wegen VfB Stuttgart hier? Ja, ich bin wegen VfB Stuttgart. Ich habe mir das mal lang geschaut. Gleich gewonnen, 4-3, das ist gut so. Warum spielst du nicht selbst? Bist du noch fit? Ich bin verletzt und kann leider nicht spielen. Du verfolgst bestimmt den VfB Stuttgart aus der Ferne. Super Vorrunde, dritter Platz. Was ist diese Saison möglich? Ein Champions-Sieg-Platz oder sogar den Titel? Ich denke, dass das VfB das sehr gut macht. Aber natürlich kommen wir vom letzten Jahr um den Abschiedskampf. Dieses Jahr läuft es sehr gut und es soll so weiterlaufen. Dann ziehen wir dieses Jahr international. Das wäre schön. Du warst ein Torjäger. Dieses Jahr ist die EM im eigenen Land. Was kann Deutschland erreichen? Die letzten Jahre waren ja nicht so gut. Was ist möglich? Titel, Platz 3? Ich denke, dass natürlich die Mannschaft sich erstmal fangen muss, sich erstmal finden. Und dann werden wir bestimmt was Gutes erreichen. Alle Fragen die Woche. Franz Beckenbauer ist leider verstorben. Du hast bestimmt auch Erinnerungen an ihn. Welche? Natürlich ist Franz Beckenbauer die größte Legende bei uns in Deutschland. Und natürlich tut es jedem Fußballherz weh, wenn so ein Mensch sich verabschiedet. Aber wir haben gute Erinnerungen. Der war ein Vorbild. Der war eine Persönlichkeit, der uns wirklich sehr vieles vorgelebt hat. Und so können wir immer an ihn denken. Danke, alles Gute. Dankeschön, alles Gute auch.